Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 13. Ab hier weiß ich übrigens nichts mehr vom Spiel. Also ich konnte mich halt original noch so an... Also natürlich haben wir am Ende der letzten Folge hier noch ein bisschen weiter gespielt, aber als ich das Spiel zuletzt gespielt habe, also bevor ich dieses Let's Play angefangen habe, konnte ich mich noch an die erste Mission in der Bank erinnern und die Flucht halt vom FBI, das hatte ich daher auch schon gesagt. Und ich konnte mich halt hier an dieses ganze Verwurschtelte mit den Laubengängen irgendwie erinnern, wo man halt schleichen musste. Und das war's. Von daher, ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Das hat super funktioniert. Großartige Meldung. So. So hatte ich das eher geplant. Okay, dann gucken wir doch mal und machen das vielleicht nicht ganz so ungeschickt wie letztes Mal. Hinten rechts war auf jeden Fall wer. Waren hier drei Leute? Ich bin mir unsicher. Da oben sind auf jeden Fall locker zwei. Okay, das war schon mal ganz in Ordnung, solange der da nicht entdeckt wird. Da hinten steht niemand mehr. Hoffe ich mal, dass hier rechts keiner ist. Okay, mach dann doch laut. Shit. Ich hatte zuerst auf den gehen sollen. Gosh dang it, okay. Aber wenigstens haben wir hier einen Safewrite direkt um die Ecke, das ist schon mal ganz okay. Ich glaube, ich muss da nicht niesen. Ja, musste ich. Und hatte dann die Wahl zwischen weiterspielen und mich hier loslassen. Oder dann doch das Mikrofon und mich hier. Okay, das war eigentlich alles total super, bis der eine Dude mich da einfach entdeckt hat. Das war so ein bisschen ungeil. Naja, die stehen da zu zweit und haben Helme. Das ist nicht so der Knüller. Ich glaube, da muss ich das Brachial machen, oder? Weil die kriege ich ja so nicht so easy weg. Und dann kriege ich den von hier. Sehr unauffällig, aber es funktioniert. Also... Ich sehe das Problem nicht. Wir müssen nicht leiser sein als nötig. So, der liegt da ein bisschen ungünstig, falls da hinten wer rauskommt. Für den Fall der Fälle... Legen wir dich mal direkt zur Klosterfrau Melissengeist. Jetzt will ich nicht mal... Jetzt will ich nicht schwimmen gehen. Da fällt er doch garantiert nicht auf. So, wir wechseln mal wieder auf die Armbrust drüber. Das ist auch eine andere Armbrust jetzt einfach, oder? Wo ich ja mal wieder massiv Bock drauf hätte, leere Far Cry 4. Nicht wegen der Story, sondern einfach wegen der Mini-Armbrust. Die habe ich schon sehr geliebt. Geil, in einem Flashback. Ich versichere Ihnen, dass Nummer 13 von drei Kugeln in Libros getötet wurde. Was haben Sie mit seinem Körper gemacht? Das Eintreffen der Polizei hat mich daran gehindert, seinen Körper... Aber ich versichere Ihnen... Schweigen Sie, meine Herren. Nummer 13 ist am Leben. Wir müssen uns um ihn kümmern, bevor er die Operation zum Scheitern bringt. Er weiß, dass wir ihn betrogen haben. Wir sind auf Rache. Wie fühl ich das? Also... Hat Steve Rowland das? Ah. Hätte irgendwie schon gehofft, dass da irgendwas hinter ist. Lame. Aber gut, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich mach mal hinter mir zu. Das sieht irgendwie so aus. Als würde hier massiv die Bodenplatte aufgehen. Ja, das war irgendwie... Was? Ähm. Wie ist denn das? Ähm. The fuck? Also es hilft, weder gedrückt halten, noch sonst irgendwas, noch auf der Platte zu stehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich hier einfach irgendein Rätsel nicht ralle. Oder ob das Ding verbuggt ist. Ja. 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 Okay. Doch nicht die leise Variante, ja. Wow, okay. Gut, gut. Finden Sie den Ort, an dem sich die 20 Verschwörer treffen. Also erstens ist Nummer 13 ja raus. Und zweitens haben wir von den restlichen 19 ja auch mindestens drei schon umgebracht, oder? Aber wir dürfen nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Okay, dann stecken wir doch mal die Waffe ohne Schalter einfach weg. Nee, wir haben sogar schon vier umgebracht, ne? Wer bleibt hier auf Posten? Ach, der Dude, okay. Ich hoffe, er ist allein. Ist er nicht, aber seinen Kollegen interessiert das nicht so. Gut, ich denke, die Leichen kann ich hier elegant liegen lassen. Das wird nicht so das Problem sein. Ob wir hier Furzkissen platzieren können. Fände ich ein bisschen gut. Ja, natürlich wurden die Lebensmitteln überprüft. Nichts Ungewöhnliches. Musstest du da unbedingt hinfallen? Kannst du... Können wir dich vielleicht kurz zur Seite tragen? Ich weiß nicht, ob hier viel besser ist. Aber ich speichere mal einen Checkpoint. Wait, hat der... Tragen die hier KKKK? Holy shit. Wie ich den Typen hier halt null gesehen habe. Aber ich würde mich nicht beklagen. Hat ja funktioniert. Manchmal muss man auch Glück haben. Okay, ich bleib mal besser geduckt, wa? Wobei, hier ist auch einfach... Da kommt gleich wer. Hi. Ich finde es super, dass ihr alle diese Armbrüste tragt. Kann ich... Na, dass man die im Hocken nicht aufnehmen kann. Also ich meine, es ist okay, dass man dem Hocken niemanden hochhebt. Ich schätze, hier komme ich nicht weiter. Oh. Okay, die Tür hat einfach... Keine Beleuchtung gehabt. Liegt der da gut? Ich bin mir unsicher. Oder hat er irgendwas für mich? Ich denke, ich möchte den kurz woanders parken. Ich weiß noch nicht, ob wir hier rüber müssen. Also wir können halt hier hoch und dann da rüber. Aber ich wüsste im Moment noch nicht, warum wir das wollen würden. Ich gucke aber mal, solange hier gerade so wenig los ist. Das ist, glaube ich, ein Schalter oder so, ne? Oder nee, das ist einfach nur eine Fackel. Ja, aber da vorne könnte es auch weitergehen. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher. Müssen wir da weiter? Oder ich würde ganz gerne... Einfach nochmal kurz... Ah, wir haben keine Chip-Card, ne? Okay. Stimmt, der Schlüssel ist keine Chip-Card. Ja, 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 das... Okay, das war einfach bescheuert. Den Weg hätte ich mir sparen können, aber okay. Was ist das hier für ein Zimmer eigentlich? Kommt man voll umständlich hin und dann ist... Was? Jetzt hält es aber Raum. Ich frage mich, weiß ich ja nicht, so... Senator Weller, kannst du dir vorstellen, dass er in Europa eine Klosterruide gekauft hat, und sie hier auf diesem Felsen Stein für Stein wieder aufgebaut hat? Aber unvorstellbar. Nicht aber die zu einem Senator-Eigen. Gut, dass die Töne nicht laut ist. So, quatscht ihr da nur? Oder verteilt ihr euch noch ein bisschen? Könnt ihr euch jetzt natürlich irgendwie bei der... von hier oben jetzt relativ... Ach, komm. Gosh, dang it. Hätte ich halt im Leben nicht mitgerechnet, dass er mich da entdeckt hat, aber okay. Ähm, jetzt fangen wir hier... Wait, wo sind wir jetzt? Natürlich wurden die Läden mit überbrüht. Nichts Ungewöhnliches. Ah, hier, okay. Okay, den kann ich, glaube ich, so schnell nicht erschießen. Schauen Sie sich dieses Bankett an. In der Tat, Nummer 5 hat uns einen Vorgang... Gosh, dang it. ...und das geben, was uns erwartet. Wie wollen wir den Gästen seine Abwesenheit ergeben? Ich weiß noch nicht. Er ist nicht der Einzige, der fehlt. Okay. Das hätten wir erst mal wieder. Die sind da unten weggewackelt. Dann können wir da ein bisschen Krach machen. Ja. Wenig. Ja. Kannst du ja bitte nicht den Boden vollbluten. Denn der war teuer. Okay. Du hast den Schlüssel und ich glaube, du konntest hier liegen bleiben, oder? Aber... Wir packen dich mal kurz hier hin. Alright. Dann gehen wir durch diese seltsame Gittertür. Nachdem wir nachgeladen haben. Ups. Und nachdem wir die richtige Taste gedrückt haben. Alter. So, dann haben wir das Ding. Dann laufen wir zurück. Gehen durch jene Türe. Dann müssen wir die, glaube ich, relativ direkt platten machen. Dann müssen wir steigen, der Stein wieder auf. So. Das geht doch. Problem ist, ich kann die jetzt nicht wirklich wegräumen, aber... so sei es. So, für kurze Distanz, im Zweifelsfall auf die Pistole wechseln. Und wie erwarte ich hier hinter jeder Ecke, wen... ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht? Ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht? Nein. Okay. Wo geht es dann weiter? Kann ich... Hallo? Also, angeblich kann ich damit was machen, aber... Kann ich das Ding umschmeißen? Oder... Nein, im Leben nicht. Irgendwas geht da nicht. Okay, die Wachleute haben jetzt aber auch nichts Tolles. Habe ich hier irgendwas mit bei, was mir da weiterhilft? Oh, Entschuldigung. Ich musste nochmal niesen. Oh. So. Können wir da von der Rückseite was drücken? Nee. Was stimmt hier nicht? I don't get it. Können wir hier noch irgendwo was rausklauben? Ja. Tja. Ich habe eigentlich wenig Lust, das Spiel jetzt mal zu laden. Also, meine Vermutung wäre halt einfach, dass ich das Ding hier irgendwie wegschieben kann. Indem ich die Teile in der richtigen Reihenfolge drücke. Und dann komme ich da weiter runter oder so, aber keine Ahnung. Vielleicht gehen wir einfach mal wieder zurück, nachdem wir hier aufgeräumt haben. Nee, können wir nicht. Okay. Macht das irgendeinen verfickten Sinn? Okay, das sollen einfach Lampen sein da. Also, ich kann hier ums Verrecken nichts mitmachen. Also, mit dem Teil muss halt irgendwas gehen, aber frag mich nicht was. Kann so oft benutzen drücken, wie ich will. Ich kann... Das wäre noch eine Idee gewesen. Aber hier geht ja auch nichts, ne? Also, hier weiter hoch? Nee, hier ist ja auch nirgendwo was. Ja, gut. Oder auch nicht gut. Da kommen wir auch nicht durch. Ich ralle das nicht. Also, kann halt sein, dass wir da was einsetzen müssen. Aber das Teil haben wir halt nicht. Oder müssen wir das nebenan noch finden? Aber das ist halt auch nicht das Symbol, dass man da irgendwie noch was... Also, das ist ja eigentlich das Symbol, einfach von Tür öffnen. Können wir das Ding hier irgendwie bewegen? Dass wir da hochkommen? Nein. Hm. Tja, gute Frage.